Hallo, ich bin's, Anna, die Siegerin des Castings von GameTV Schweiz. Race to the Worlds First kommt langsam aber sicher in die Endphase. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Team Liquid und Team Echo. Beide Teams pullen den Endboss Razagav, The Storm Eater. Haben jedoch Schwierigkeiten an der 64%-Marke. Auch Blizzard hat aktiv während dem Waze diverse Anpassungen und Buffs vorgenommen. Für welche Gilde bist du? Schreib es doch in die Kommentare. Liked, teilt und folgt uns auf GameTV.ch für mehr tägliche Game News. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna. Tja Post Zit organisation kann Free